es hat aufgehört zu regnen kapuze haben wir auf ja und ich habe auch eine mütze auf wenn ihr sehen wollt wie ich mit mit aussehen müsst ihr in den vlog gucken passt die überleitung ja ich hoffe wir werden nicht ganz anders aber es sind tatsächlich drei abfahrten aber wir haben keine wartezeit hier ist die wartschlange wir konnten durchlaufen wir haben halt hinten gewischt also es wird halt für den rückwärtsstopp vielleicht ein bisschen grob aber sonst also wir haben geguckt die beiden vorwärts drop war jetzt nicht so nass aber wenn wir gucken heißt ja ja du hast doch kaputze ich wollte jetzt das on-ride fahren wir haben die leute auch die wasserbahn sehen können foto in silmetern so müssen wir den ersten job mal überstehen hoffentlich ich bin trocken tatsächlich nicht einschropfen ja habe ich extra für dich peace gemacht war kein problem so da werden wir gute taktik gefahren aber wenn ich ganz hinten sitzen würde wenn wir beim rückwärtsstopp ja wieder hinten ja aber du wiegst ja nicht so viel wie ich aber ich kann ja ein stück nach vorne gehen für den rückwärtsstopp jetzt haben wir ja schon gespoilert wir fahren jetzt auf jeden fall rein die thematisierung ist im übrigen echt cool ja ich sehe mich nach vorne hast du was abbekommen ich auch nicht top leute ich glaube wir können mal irgendwie so ein video machen wie fährt man am besten wasserbahn wenn man eigentlich gar keine wasserbahn fahren ja ja eben aber man will sie ja trotzdem fahren was passiert jetzt wenig schön oh da vorne schon das andere boot wir holen auf ja muss ja bei einer wasserbahn auch geht das so alles gut alles gut das ist hoch da geht es gleich runter leute die freuen mich in Airtime hier ist aber wenig wasser drin hier ist wenig wasser drin guck mal da die aussicht ist schön das Kettkarussel ist voll cool wenn das Wetter so bleibt ist echt super ja was haben wir da da ist der See mit der Show okidoki und da geht es jetzt runter so oje 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 ne alles gut also Spritzwasser aber mehr nicht aber was geht ne ja also ich würde sofort nochmal fahren sag ich dir ganz ehrlich das war gar nichts schön war das gut ja ok aber mehr auch nicht ne also ich habe so leichte Spritzwasser hier aber mehr nicht das ist Hammer voll cool voll cool ihr habt total Airtime gehabt ne ich dachte kurz ich flieg raus schön wiii vorsicht auf 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 auf